Hallo, es freut mich, Ihnen Professor Christopher Fraunberger und seine Lektion Digitale Zukünfte gestalten vorzustellen. Christopher Fraunberger ist Professor für Human-Computer Interaction an der Universität Salzburg. In der folgenden Lektion beschäftigt er sich mit technischen Innovationen und den Auswirkungen, die diese haben. Dabei bewegt er sich in einem Spannungsfeld zwischen Lösungen, die Technologien uns anbieten können und den möglichen Schattenseiten und Risiken, die sie auch haben. Er bespricht den Einfluss, den wir auf Innovation haben können und die Auswirkungen, die solche technischen Innovationen auf unser Leben und die Gesellschaft haben. Man könnte sagen, diese Lektion läuft auf einen Appell hinaus, nämlich aufmerksamer bei Innovationen zu sein. Und mich trägt die Hoffnung, dass die Entscheidungshoheit über Innovationen zurück in die Hände der Öffentlichkeit gelangen kann. Das folgende Video ist eine Einführung, es nennt sich Houston, we have a problem. Und zwar haben wir das Problem, dass Technologie nie unpolitisch ist. Die Entwicklung von Technologie folgt immer Intentionen. Und wie wir auch beim Digital Divide in Renate Motschnicks Lektion hören, kann Technologie ein- und genauso auch ausschließen. Christopher Fraunberger erklärt, dass digitale Technologie heute meist eher fern von demokratischer Ordnung entwickelt wird. Ohne Rechenschaft oder Rechtfertigung. Wollen wir in einer Zukunft leben, in der Technologie genauso entsteht? Oder lassen wir uns von Christopher Fraunberger zeigen, wie es vielleicht anders gehen könnte? Es ist unbestreitbar und für jeden sichtbar geworden, wie Digitalisierung in jede Ecke unseres menschlichen Daseins eindringt und unser Leben verändert. Sehr lange hat dabei die Erzählung des unbändigen Fortschritts und der radikalen Innovation unsere Einstellungen gegenüber Technologien geprägt. Silicon Valley und seine Heilsversprechen sind zum Sinnbild einer neuen digitalen Moderne geworden, die eine technisierte und für alle bessere Zukunft verspricht. Und tatsächlich hat die Digitalisierung in vielen Bereichen des Lebens ungeahnte Dinge möglich gemacht und zum Positiven beeinflusst. Sie hat uns zum Beispiel immer weitere Produktivitätsgewinne beschert durch automatisierte Industrieprozesse, optimierte Logistik oder die effiziente Steuerung und Verteilung von Ressourcen. Wir erleben gerade auch, wie digitale Technologie uns erlaubt, eine Pandemie besser zu verstehen. Und trotz der vielen Unsicherheiten und der enormen Komplexität Prognosen für deren Ausbreitung zu erstellen. In ähnlicher Art und Weise ist digitale Technologie ein zentraler Schlüssel, um noch eine Chance zu haben, der Klimakrise entgegenzutreten. Wir sind auf die immer größeren Rechenleistungen und die höchst komplexen Modelle von Klimaforscherinnen angewiesen, um die Zusammenhänge zwischen unserem Handeln und den Veränderungen auf der Erde zu verstehen und gegensteuern zu können. Diese Erfolgsgeschichte der Digitalisierung, die scheinbar die großen und kleinen Probleme der Menschheit zu lösen imstande ist, hat aber auch ihre Schattenseiten, die immer mehr auch für die breite Öffentlichkeit nicht mehr zu übersehen sind. Digitale Technologien bieten den Nährboden für einen außer Kontrolle geratenen Überwachungskapitalismus, der aus der groß angelegten Verarbeitung von Daten zu menschlichem Verhalten ein Geschäftsmodell der passgenauen Manipulation gemacht hat. Was als scheinbar harmlose personalisierte Werbung begonnen hat, untergräbt die Fundamente demokratischer Gesellschaftsformen und destabilisiert ihre Institutionen. Der Überwachungskapitalismus atomisiert jede gemeinsame politische Öffentlichkeit und damit jeden gemeinsamen Diskurs, der für die Aushandlung des Zusammenlebens so zentral ist. Jede Auseinandersetzung wird zum polarisierten Zerrbild von Meinungen, weil nicht so sehr Aufmerksamkeit und Klicks generiert wie die stetig gefütterte Empörung. Auch die direkten ökologischen Auswirkungen sind erschreckend. Eine Transaktion eines Bitcoins zum Beispiel verbraucht in etwa so viel Energie wie ein durchschnittlicher amerikanischer Haushalt in 77 Tagen und verursacht dabei Elektroschrott, der 1,8 iPhones gleichkommt. Das ganze Bitcoin-System verbraucht im Jahr in etwa so viel Energie wie ganz Thailand. Dieser Wert hat sich im letzten Jahr auch fast verdreifacht. Und erst kürzlich musste der Kosovo das Meinen von Kryptowährungen gesetzlich verbieten, nachdem die Stromversorgung im Winter nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Im Jahr 2030 schätzt man, dass 125 Milliarden vernetzte Sensoren existieren werden. Dinge im rasant wachsenden Internet of Things, dem Internet der Dinge. Es stellt sich die Frage nach dem nötigen Energieaufwand die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung der riesigen Datenmengen, die diese Dinge erzeugen. Schon heute hat der Energieverbrauch des Internets jenen der Schiff- und Luftfahrt gemeinsam überholt. Und natürlich wird digitale Technologie auch exponentiell sparsamer und effizienter, aber auch der Datenverkehr und die benötigte Rechenleistung steigen exponentiell an. Wie sich der gesamte Energieaufwand für unsere Digitalisierung also entwickelt, steht permanent auf Messers Schneide. In einem Artikel hat Langdon Winner im Jahr 1980 die Frage gestellt, Do Artefacts have politics? Sind Artefakte an sich politisch? Eines der Beispiele in jenem Artikel dreht sich um die Brücken des Robert Moses. Moses war von 1920 bis in die 70er ein Stadtplaner in New York und baute öffentliche Gebäude, Parks, Highways und eben Brücken. Jene, die über die Straßen zu den schönsten Stränden auf Long Island führenden, wurden so gebaut, dass kein Bus unter ihnen durchpasste, was zu jener Zeit einen klaren sozialpolitischen Effekt hatte. Denn es waren hauptsächlich ärmere, farbige Bewohner der Stadt, die auf Busse angewiesen waren und dadurch von den Stränden sehr effektiv ferngehalten werden konnten. Es war also eine in Stein gebaute Rassentrennung. Und obwohl die rassistischen Einstellungen von Robert Moses selbst heute außer Frage stehen, ist historisch umschritten, ob er diese Designentscheidungen bewusst mit dieser Intention getroffen hat. Aber das tut für das Argument selbst nichts zur Sache. Bewusst oder unbewusst, Wiener kommt zum Schluss, dass man technologischen Dingen jedenfalls politische Ordnungsmacht zuschreiben muss und die Gestaltung dieser Dinge daher auch ein politischer Akt ist. Daran hat sich im digitalen Zeitalter nichts geändert. Sogar die Muster sind oftmals dieselben. 2019 wurden Berichte laut, wonach die Algorithmen zur Objekterkennung in selbstfahrenden Autos Menschen mit dunkler Hautfarbe schlechter erkennen würden als Menschen mit heller. Auch hier muss man nicht unbedingt den Programmierern bewusst rassistische Designentscheidungen unterstellen, um festzuhalten, dass die algorithmischen Systeme eine Realität schaffen, die man nicht wollen kann. Wer argumentiert, dass mit selbstfahrenden Autos die Sicherheit im Straßenverkehr zunehmen wird, hat damit nicht Unrecht, verschweigt aber, dass sie dies nicht für alle im gleichen Maße tut. Selbstfahrende Autos werden systematisch mehr Menschen dunkler Hautfarbe verletzen als jene mit heller. In 2018 veröffentlichte Joy Bulumwani und Timnit Gebru ein Forschungspapier, in dem sie zeigen, dass die Gesichtserkennungssoftware der größten Technologiefirmen große Zuverlässigkeit in der Erkennung von weißen Männern aufweist, während Frauen mit dunklerer Hautfarbe bis zu 34% schlechter erkannt wurden. Und obwohl alle Firmen daraufhin nachbesserten und sich die Fehlerraten bei allen Systemen verringerten, wurde die Gesichtserkennung zum Beispiel als Technologie im öffentlichen Raum immer mehr hinterfragt. Auf Druck der Öffentlichkeit begannen Städte wie San Francisco, Gesichtserkennung von ihren Straßen zu verbannen. Und IBM hat ihre Entwicklungen in diesem Bereich eingestellt. Digitale Systeme haben nicht nur technische Unzulänglichkeiten, sie machen Politik, sie sind politisch. Sie verschieben Machtgefüge, bestimmen, wer einen Kredit bekommt, wer von der Polizei kontrolliert wird oder wer im großen Stimmengewirr plötzlich das große Megafon in der Hand hält. Digitale Technologien sind wie die Brücken des Robert Moses in Code gegossene Artefakte mit sozialer Ordnungsmacht. Oder wie Natsberg sagt, Technologien sind weder gut noch schlecht, aber bestimmt sind sie nicht neutral. Obwohl Technologie also höchst politisch ist, haben wir als Gesellschaft ihre Gestaltung fahrlässig privatisiert. Die Gestaltung der Dinge, die unser Leben so maßgeblich beeinflussen, geht weitgehend außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle vonstatten. Und ich meine, das ist ein Problem. In den nächsten drei Videos möchte ich also versuchen, ein Bild zu entwerfen, wie wir die Gestaltungshoheit über unsere Dinge und digitalen Zukunft wiedererlangen können. Dazu brauchen wir zunächst ein neues Verständnis unserer Beziehung zur Technologie. Das uns verdeutlicht, dass unsere digitalen Begleiter mehr als nur ein Werkzeug sind. Im dritten Video geht es um die Politik der Technologie, wie und wo die Aushandlungen stattfinden können und welche Hebel die Gesellschaft in den Händen hält, um die Gestaltung zu beeinflussen. Im letzten Video dieser Serie schließlich geht es darum, wie wir Teilhabe an Gestaltungsprozessen organisieren können und welche Aufgaben und Herausforderungen auf uns dabei warten. zzzzzzzzzzzzzzzzing Vielen Dank.